Nachdem im letzten Video wieder etwas Hoffnung aufkam, nun ein kleiner Dämpfer. Nach der SPD-Klausurtagen mit dem Cannabis-Gesetz in der Tagesordnung vom 9. und 10. Januar gibt es weiterhin kein Ergebnis seitens der SPD-Fraktionsspitze. Das Schweigen zum Cannabis-Gesetz geht also weiter. Darüber hinaus ist eine interessante Neuigkeit, dass es eine weitere Abweichlerstimme zum Cannabis-Gesetz gibt und diesmal sogar von einer Fachpolitikerin aus dem Gesundheitsausschuss. Bestätigt sie in ihrer Antwort auf Abgeordnetenwatch etwa auch eine inhaltliche Diskussion über Änderungen zum Cannabis-Gesetz? Sowie in diesem Video einen Faktencheck zu den Gegenargumenten, die genannt wurden. Was ist eigentlich los bei der SPD? Das schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran. Mit freundlicher Unterstützung von bio-gartenmed.de, eurem Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Ausgewählte Produkte mit bis zu rund 30% im Angebot. Nur im Januar. Schauen wir uns hier nochmal die Meldung vom letzten Video an. In der Klausurtagen vom 9. und 10. Januar war das Cannabis-Gesetz, wie ihr hier eingeblendet sehen könnt, in der Tagesordnung gestanden. Es war also Thema und hätte besprochen werden können. Die Zielsetzung, wie hier zu sehen, ist von dem jeweiligen Vorschlaggeber auf Januar 2024 für die zweite und dritte Lesung terminiert. Es gibt aber kein Bekenntnis seitens der Fraktionsspitze nach dieser Klausurtag zu diesem Zeitplan. Im Gegenteil, es gibt weder ein Bekenntnis zum Januar, damit ist die Sitzungswoche 1, jetzt folgend im Bundestag komplett passé, die ist vom Tisch. Und es gibt auch kein allgemeines Statement zu den verbleibenden zwei Sitzungswochen, um den 1.4. in Kraft treten, mit Fristeinhaltung beim Bundesrat noch wirklich zu erreichen. Das ist bedenklich und was dahinter steckt, naja. Schauen wir uns nun die Frage an, die am 9.1. auf Upward & Watch gestellt wurde, einen Tag darauf beantwortet. Sie ging an Frau Nesahat Baradari von der SPD. Sie sitzt im Gesundheitsausschuss und ist Jugend- und Kinderärztin und spricht sich hier eben über Bedenken aus und sagt, sie hätte diese auch kommuniziert und das bedeutet ja auch quasi, dass es sehr wohl einen Dialog innerhalb der SPD derzeit über inhaltliche Punkte gibt. Und ja, sie, zudem sagt sie eben auch hier ganz klar, dass sie dieses Gesetz in der jetzt vorliegenden Form so nicht verabschieden kann. Sie wird dagegen stimmen und vor allem in ihrer Position als Berichterstatterin für Kinder- und Jugendgesundheit ist das schon ein relevanter Punkt, weil viele Gesundheitspolitiker sich doch hinter die Fachmeinung der Berichterstatter zu den jeweiligen Unterthemen dann auch positionieren. Das könnte ein Indiz sein für weitere Abweichler. Schauen wir uns nun noch eine zweite Frage an Frau Nesahat Baradari an. Hier geht es ebenfalls um ihre jetzt schon genannte Abneigung. Und da wird eben gefragt, hinsichtlich der möglichen Bedenken, dass denn ein Konsum dann steigen könnte, wenn es freigegeben werden würde. Dieses Argument wird von ihr in ihrer Antwort aufgefasst, vor allem mit ausgerechnetem Blick nach Kanada. Und hier sagt sie eben, dass es aufgrund eines leichten Anstiegs bei den Gesamtzahlen im Vergleich zum Zeitraum 2018, vor der kommerziellen Legalisierung bis eben zum Jetzt-Vergleich, dass es einen Anstieg gab. Und dieser Anstieg wäre so bedenklich, dass man deshalb eben keinerlei Freigabe oder Entkriminalisierung, so in der jetzt vorliegenden Form zumindest, befürworten könnte aus ihrer Sicht. Wow. Vor allem mit Blick auf Kanada. Da werden wir uns gleich im Faktencheck noch genauer mit ihrer Quelle hier befassen. Aber ich finde es nur einfach interessant, dass es jetzt eben immer mehr Politiker gibt, die dagegen stimmen. Es sind Innenpolitiker wegen Sicherheitsbedenken polizeilich. Jetzt sind es noch fachfremde Politiker gewesen zuletzt, rund um Neujahr. Und nun auch Fachpolitiker sogar aus dem Gesundheitsausschuss, die ganz offen sagen, sie werden nicht zustimmen. Wenn wir uns also wundern, warum das Cannabis-Gesetz jetzt in Sitzungswoche 1 nicht auf die Tagesordnung kommt, wenn also der Gesundheitsausschuss das Gesetz noch vor der zweiten, dritten Lesung erstmal nochmal intern befassen muss, dann wird das ja ein eindeutiges Indiz dafür sein, dass es selbst innerhalb des Gesundheitsausschusses bei der SPD eben noch gar keine Einigung gibt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Fraktionsspitze hier auf die Tube drückt und da zeitlich hinne machen wird. Deswegen Sitzungswoche 3 ist derzeit am realistischsten, aber immer noch kein offizielles Bekenntnis der Fraktionsspitze zu dieser Woche. Es wird immer wieder gesagt, dass man am Zeitplan festhält, während aber hinter den Kulissen stets immer mehr Abweichler ins Rampenlicht treten. Das gibt zu bedenken. Nun ein Blick in Ihre Faktenlage zu den Gegenargumenten. Steigt der Cannabiskonsum wirklich? Blick auf die Zahlen aus Kanada. Wie in dieser Tabelle hier zu sehen, sind die wichtigsten Zahlen im Rückblick von 2018 bis 2023 zusammengefasst und aufbereitet. Darunter die Konsumprävalenz in den letzten 12 Monaten, wie hoch der Anteil der Konsumenten dabei war, die täglich oder nahezu täglich konsumiert haben. Dann das durchschnittliche Einstiegsalter, der Anteil der legalen Bezugsquellen, also wie häufig oder generell wie hoch ist der Anteil der Konsumenten, die nicht mehr am Schwarzmarkt, sondern im legal etablierten Markt ihr Cannabis beziehen oder eben selber anbauen in dem Falle. Sowie das Thema Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss von Cannabis. Mit Blick auf British Columbia in der ersten Tabelle hier sehen wir ganz klar, es gibt einen 5-Jahres-Anstieg, der bei 31% piekt. Begonnen mit 26% in 2018. Wir haben also eine Gesamtkonsumprävalenzänderung von 5% Steigerung in der Bevölkerung. Wir haben eine nahezu nicht vorhandene Steigerung des täglichen Konsums. Wenn wir mal die Covid-Phase in 2021 bis 2022 ein bisschen außer Acht lassen, vor allem mit den Peaks dort mit einer Abweichung von 3 bis 2% vom hier dargestellten Durchschnitt von zwischen 6 bis 7%, dann haben wir im Durchschnittsalter eine positive Entwicklung. Da geht das Durchschnittsalter weiter nach oben, das heißt die Leute warten länger mit dem Konsum. Das heißt es wird weniger im Jugendalter konsumiert, was ja eigentlich ein Zeichen einer guten Prävention ist und dass das ganze Konstrukt doch eher aufgeht. Dann eben die Bezugsrate in British Columbia 2018, noch keine Zahlen, weil noch kein legaler Bezug mögt. 2019 beginnt dann 35% legaler Bezug bis hin zu 2023 mit einem Peak von 72% Anteil der legalen Bezugsquellen. Das heißt also der Schwarzmarkt ist nur noch zu einem rund knappen Eindrittel vorhanden und das ist doch eine starke Eindämmung. Und wieso soll man sagen, man möchte lieber 100% Schwarzmarkt mit null regulatorischen Auflagen, mit null Gesundheitsschutz, mit null Jugendschutzambitionen, wenn man doch wenigstens einen 70% regulierten Markt in ab von 5 Jahren erreichen kann. Mit Blick auf die unterste Tabellenseite das Thema Waren unter Einfluss von Cannabis. Auch hier sind die Zahlen rückläufig, was ein insgesamt positiver Trend ist. Und damit den Kritikern eigentlich entgegen steht. In den anderen Distrikten, hier mit Blick auf Alberta, da haben wir eine ähnliche Entwicklung. Wir haben einen leichten Anstieg der Gesamtkonsumprevalenz. Wir haben hier beim täglichen Konsum einen leichten Anstieg um 1-2 Prozentpunkte. Das Durchschnittsalter geht hier ebenfalls weiter nach oben und liegt sogar bei 21 Jahren. Der legale Markt in Alberta liegt hier noch höher, bei 83%. Das heißt, es gibt nur noch 17% Schwarzmarktanteil, Stand 2023. Und auch hier sind die Zahlen der berauschten Fahrten in den letzten zwölf Monaten rückläufig. In Saskatchewan haben wir eine ähnliche Entwicklung. Hier haben wir ebenfalls eine Konsumprevalenzsteigerung in einem vergleichbaren Umfang. Der tägliche Konsum entwickelt sich hier ebenfalls auf gleichem Level. Das Durchschnittsalter geht auch hier nach oben. Wir haben auch hier eine Verdrängung des Schwarzmarkts von ebenfalls guten zwei Dritteln mit 76% Anteil. Und auch hier sind die Zahlen beim Verkehr, in der Beeinflussung durch Cannabis, beim aktiven Ausführen der Fahrtüchtigkeit im Kraftfahrzeug, eben Rückläufe. In Melitoba, selbst Spiel, ähnliche Zahlengrundlagen, ähnliche Entwicklungstrends. Auch hier Schwarzmarkt bei nur noch 21% und damit bei knapp drei Vierteln legaler Markt ist das ein sehr gutes Ergebnis. In Ontario haben wir dieselben Trends. Wir haben eine etwas kleinere Konsumsteigerung in der Gesamtkonsumprevalenz. Dafür eine nicht vorhandene Steigerung des täglichen Konsums, nur mit einem Covid-Peak. Darüber hinaus auch hier die ähnlichen Trends, steigender legaler Marktanteil, höheres Einstiegsalter, weniger berauschte Fahrten. Dann in Québec haben wir mit den niedrigsten Konsum, die Gesamtkonsumprevalenz liegt hier nur bei 18% 2023 mit einer Steigerung von 2% im Vergleich zu 2018. Wir haben keine große Veränderung des Täglichen Konsums, eher leicht rückläufig in den Jahren 2021 und 2020. Das Einstiegsalter ist hier ebenfalls nach oben trendend. Der Schwarzmarktanteil ist jedoch nicht ganz so sehr zurückgedrängt. Hier liegt der legale Markt 2023 nur bei 68%. Aber das berauschte Fahren ist auch hier rückläufig. In New Brunswick, ein eher kleinerer Distrikt, haben wir folgende Zahlengrundlage. Ebenfalls eine vorhandene Gesamtkonsumprevalenzsteigerung. Die ist hier etwas in Prozent umfangreicher, aber immer noch nicht signifikant im Vergleich zu dem sehr weit verbreiteten Nervengift Alkohol. Darüber hinaus eben die anderen Trends sind hier genauso ablesbar. Interessant, dass der legale Markt dort eingestiegen ist bei schon 50% und nur mit 15% Steigerung auf 65% Punkten. Jetzt liegt bei 23% im Jahr 2023. Und schauen wir uns hier noch die letzten Distrikte an. Das wäre zum Beispiel hier Newfoundland und Labrador. Das sind ähnliche Trends. Und in den northern Territories, da man ja sagt, je weiter nördlich, desto eher hat man Probleme aufgrund der längeren Dunkelzeiten mit Sucht. Generell mit Suchterscheinungen. Deswegen auch das skandinavische Modell und siehe Alaska und die nördlichen Staaten allgemein haben nun mal damit grundsätzlich anscheinend häufiger zu kämpfen, wenn ich richtig informiert bin. Und wir sehen auch hier in den northern Territories ähnliche Trends. Die Gesamtkonsumprävalenz ist jedoch stagnierend ungefähr. Wir haben einen leichten Anstieg des täglichen Konsums. Der ist etwas größer als bei den anderen Staaten. Wir haben auch hier eine Erhöhung des Einstiegsalters. Der Schwarzmarktanteil ebenfalls hoch eingestiegen. In der Verdrängungsstufe bei 52% legaler Quellen. Jetzt sind 23% bei 70%. Und auch hier sind die Zahlen des berauschten Fahrens deutlich rückläufig. Wo also im Gesamtverlauf hat diese Jugend- und Kinderärztin, Frau Baradari, damit also jetzt ein so riesengroßes Problem, wenn wir uns nun anschauen, was beim Thema Alkohol der Fall ist. Mit Blick auf den Gesamtkonsumprävalenzen in Kanada beim Thema Alkohol ab dem Alter von 17 Jahren zumindest erfasst im Rahmen von schulischen und universitären Umfragen, sind also alle Erwachsenen soweit vertreten mit bis zu 85% Gesamtlebensprävalenz. Und wenn man jetzt sagt, auf die letzten zwölf Monate betrachtet, sind wir bei knapp 79% Gesamtkonsumprävalenz in der Bevölkerung. Und Alkohol ist nachweislich das schädlichere Rauschmittel. Es ist ein Nervengift. Cannabis hat immerhin keine zytotoxischen Eigenschaften. Im Gegenteil, es ist auf vielen Ebenen medizinisch mittlerweile nachgewiesen wirksam. Warum man also diese Zweiklassentrennung von diesen Rauschmitteln, obwohl so unterschiedlich in der Risikobewertung, das eine legal viel schädlicher, das andere illegal weniger schädlich, warum man also weitermacht und die SPD hier blockiert, vor allem aus fachlicher Sicht, es ist mir ein Rätsel. Und ich hoffe, es kommt noch zu einer Umkehr in der SPD. Und die Leute werden sich besinnen, auf das sie ihr eigenes Gesetz verabschieden und den Fortschritt in der Gesundheits- und Drogenpolitik in diesem Bereich endlich wagen. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.